Und ab geht die Post. Ein Höhepunkt der Zirkusdressur. 15 Pferde an der langen Leine. Ohne Kutsche, aber bitte auch ohne Chaos. Ob das gut geht? Maud und Alexi Größ. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, da reißt der Faden. Aber alles läuft weiter. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alexi Größ, der Grand Seigneur des französischen Zirkus und seine Tochter Maud mit ihrer berühmten Post. 15 Pferde am laufenden Band und Gewinner des Goldenen Clowns 2001. Die ersten Standing Ovations des Abends für Maud und Alexi Größ. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018